Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wurde gerade von Bienenschulze aufmerksam gemacht, dass, ja, auch mit mir alles okay ist. Er hat sich die Begrüßung vom letzten Bismarck-Video ein paar Mal angeschaut und mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich habe einen kleinen Versprecher gehabt und da habe ich mich ja ein bisschen mich selber veräppelt und das habe ich dann nicht rausgeschnitten, den Anfang. Ja, so ist das manchmal, wenn man, ja, wenn man so, was heißt Routine, aber so manchmal ist es ja so mittlerweile, ja, ich mache das, dann mache ich das, dann so, dann nebenbei kann ich was hochladen, dann kann ich wieder was bearbeiten und so. Ach nee, das gehört auch dazu, so eine kleinen lustigen Anekdoten. Ja, bevor wir jetzt dazu kommen, eigentlich, das ist ja das DeLorean-Video, Ausgaben 138, 139. Hier könnt ihr das Stück Schiene, was bis dahin schon fertig ist, schon mal sehen. Und zwar gab es in der Ausgabe 138 eine weitere Bahnschwelle, die ich schon angebaut habe, dass ich meine, dass ich das auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht habe, aber ich habe, was heißt natürlich, ich habe kein Video darüber gemacht. So, so ein ganz kleines bisschen soll das auch gesammelt werden, weil ich muss mich bei euch bedanken. Ich muss, klingt auch schon wieder doof. Nein, ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken. Zum Beispiel bei den Leuten alle, die in den letzten Livestreams mit dabei gewesen sind und ja, viel dafür getan haben, dass der Livestream eben, die Livestreams sozusagen immer ganz schön lange gingen. Immer weit über eine Dreiviertelstunde oder ungefähr eine Dreiviertelstunde, das ist dann doch schon ganz schön, ganz schön eine lange Zeit, um so zu sabbeln. Und ja, heute kam auch noch Post, also ich habe nicht nur hier die Ausgabe 139 mir vom Zeitschriftenhändler geholt, da drin ist eine weitere Schiene. Ja, wie die angebaut wird und so, das machen wir nachher gleich mal. Das habt ihr ja schon zweifach gesehen, also die kann jetzt eigentlich gar nicht richtig angebaut werden, aber so ein bisschen Schädigol können wir das schon machen. Nein, ich habe Post bekommen und zwar einmal von Martin aus Austria. Hier ist das kleine Brieflein und ich denke, was habe ich denn hier für eine schöne Post und dann, ja, habe ich da reingeguckt und ich bin ja hellauf begeistert. Passend zum DeLorean, der Sport einmal nach, in Größe 1 zu 8. Wie geil, wie geil. Dann hier, ähm, dieses Science Fiction Heft. Dann, oh, was ist hier noch? Hier ist noch, hier ist auch noch ein, noch ein. Dann hier, die, das Fax oder hier die, die, die E-Mail, die dann, äh, rauskam aus dem Drucker. Hier, you're fired! Du bist get fired! Was haben wir hier noch? Save the Clock Tower. Hier, dieses, oh, dieses Flugblatt. Und was steht hier drauf? I love you. I love you too. I love you. Die Telefonnummer. Äh, äh, die ersten Zahlen kann ich euch mal sagen. Vier mal die fünf. Vier mal die fünf. Vier, acht, zwei, drei. Also, ne, ruft da mal an. Dann, hier, Werbeplakat von Goldie Wilson. Werbeplakat für den Bürgermeister. Dann, hier genau, die Tageszeitung. Einmal aus der Zukunft. Das war doch aus dem Jahr 2000, schieß mich tot. Dann, ne, in dem Clock Tower ist der Blitz eingeschlagen. Die Zeitung. Was haben wir hier? Ach so, Map to Time Machine. Ja, was ja nachher jetzt dann passend wird. Ich, ich bin so begeistert. Ich bin, hu, Martin. Martin, vielen, vielen Dank für diesen schönen Brief. Und, oh, aus Austria. Ich freue mich, ich freue mich riesig darüber. Das muss natürlich nachher einen wunderschönen Platz finden. Im Modell, beim, im, ja, erstmal im Modell. Und dann muss ich nachher mal gucken, wie man das Ganze dann, ja, dass man das nachher dann auch sieht. In, in der Ausstellung quasi. Oh, schön. Oh, schön. Das, ich freue mich riesig darüber. So. Dann, ähm, hab ich, ja, ich hab noch eine Bitte an euch. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass ich, ja, ein Podest bekommen hab, was ich dann versteigert hab. Und, ja, ich soll nochmal an alle vielen, vielen Dank sagen. Von unserem Vorsitzenden zugegebener Zeit wird es noch ein Foto oder ein kleines Minivideo geben. Aber zur Zeit hat unser Verein Peking-Freunde, ja, wir haben viel Arbeit, viel Stress, weil am Montag kommt die Peking wieder nach Hamburg. Und ich werde dann, ähm, auch ein Video machen. Eins für diesen Kanal hier, ganz, äh, kurz. Und eins für, ich muss mal gucken. Äh, jetzt ist natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wie der genau heißt. Für, ich glaub, äh, der Kanal heißt, Moment, Moment, Firmast Park Peking. Da ist, sind, äh, auch schon ein paar kleine Inhalte drauf. Den hat unser Verein hier, ist das mal zu sehen, auf dem Handy. Firmast Park Peking, ein Video gibt es schon. Es gibt auch schon 32 Abonnenten. Seit gestern ist der Kanal online. Ich verlinke den unten mal. Auch, äh, auf meiner Facebook-Seite habe ich ihn schon verlinkt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da auch Interesse habt, ähm, ja, den Kanal zu abonnieren und später nachher auch reinzuschauen. Wir wollen mal gucken, dass wir viele, viele kleine Videos machen über das Schiff. Über zum Beispiel, wie die Brasswinden bedient werden zum Beispiel. Oder, ähm, na, ich will noch nicht so viel verraten. Und es gibt da ein paar Besonderheiten auf diesem Schiff, die, wofür, wovon wir dann kleine Videos machen werden, um die dann hier reinzustellen. Weil das Museum wird erst frühestens nächstes Frühjahr eröffnet. Weil da noch ein paar Umbaumaßnahmen sind. Aber, äh, ein paar von uns, äh, werden da dann schon mal raufkommen. Und dann wollen wir mal gucken. Später, ich habe mal vorgeschlagen, noch die Arbeitsgruppe Deckschrubben zu gründen. Dass wir dann auch vielleicht mal irgendwann mal, bei schönem Wetter, mal zeigen können, wie früher das Deck geschrubbt wurde mit dem Gebetsbuch. Und, alles, alles so solche Sachen sollen dann hier, was unseren Verein angeht und was die Peking angeht und was wir selber dann machen. Ähm, das heißt nicht, dass ich das nur mache. Das, äh, da werde ich versuchen, noch einige andere aus unserem Verein mit ins Boot zu holen. Warum kam ich jetzt da drauf? Weil ich habe ja ein paar Sachen verlost, versteigert, verkauft, äh, für einen guten Zweck. Und, äh, ich habe euch ja erzählt, das sind 171 Euro zusammengekommen, die ich an unseren Verein weitergeleitet habe. Die Freude war da riesengroß, dass das, äh, Entschuldigung, Dass das, äh, so geklappt hat, dass sich, äh, ja, Leute, die sich vom Modellbau interessieren, dann auch für unseren Verein und unser Peking interessieren. Große, große Klasse, finde ich, ja, finde ich super. Jetzt komme ich nochmal wieder darauf zurück, dass es ja ein Podest gab, was versteigert wurde. Und da war noch jemand bei, der mitgesteigert hat. Und er würde gerne, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, er würde gerne so ein Podest trotzdem gerne haben wollen. Und wenn einer von euch noch eins übrig hat, was er nicht unbedingt überteuert weitergeben möchte, kann sich gerne an mich wenden und ich werde den, werde die E-Mail weiterleiten und den Kontakt herstellen quasi. Und dann könnt ihr euch beide, wenn das dann soweit kommt, äh, ja, damit auseinandersetzen. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht klappen könnte. Dann das, äh, das, das nächste. Ich habe noch mehr Geschenke bekommen. Da war ich auch riesen begeistert von. Ich weiß gar nicht, ich habe das auch schon einmal gezeigt. Und zwar habe ich hier, ähm, kleine Schlüssel bekommen für den DeLorean. Und dann hier aus der Zukunft Martys Nike-Schuhl, Nike-Stiefel, die ich, ja, zu gegebener Zeit noch anmalen möchte. Gucken, ob mir das gelingt. Und der hat noch so ein paar andere kleine Sachen. Da muss ich, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die habe. Noch ein paar kleine, äh, übrig gebliebte Dickels. Ein paar kleine Teile vom DeLorean. Ähm, vielleicht hat er ja noch eine Interesse dran, würde ich gerne dann weitergeben. Könnt ihr ja mal, äh, äh, schreiben in den Kommentaren, wer das gerne haben möchte. Und dann, äh, kommt dann sozusagen ein kleines Überraschungspaket. So, ähm, und der möchte ganz gerne, ähm, die Haube haben. Und zwar nicht von Zora, sondern die, die es beim Abonnement gab, beim Premium Abonnement. Falls, falls einer von euch dabei ist, ähm, ich habe mir das extra aufgeschrieben, auf dem Zettel, beim nächsten DeLorean Video. Nachfragen wegen Haube und Podest, damit ihr das ja nicht vergesst. Falls einer von euch diese Haube hat und nicht haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, oder vielleicht sogar zwei hat. Man weiß das ja nicht. Und die gerne abgeben möchte, gerne an mich schreiben. Ich stelle den Kontakt her. Ihr beide könnt euch dann, dann damit auseinandersetzen. Wie gesagt, der hat, äh, dieses Premium Abonnement gab und möchte gerne, gerne, gerne die Original Haube haben. Und nicht die von Zora. Und, ja, ich denke mal, falls es jemanden gibt von euch da draußen, der die abzugeben hat, dann, ja, der andere Kollege wird sich dann ganz, ganz, ganz doll freuen. So, bevor wir jetzt hier nur weiterbasteln, ich habe noch was zu erzählen. Ich wollte gerade runter hier in meinen Bastelkeller und anfangen, hier das DeLorean Video zu machen. In der Freude dieses Brieflines und in der Freude, die Ausgabe heute geholt zu haben, klingelt das wieder an der Tür. Und ein kleines Amazon-Paket kamer. Ich denke, hä, kleines Amazon-Paket? Ich habe doch gar nichts bestellt. Ich habe was bestellt, aber das ist ein großes Buch. Und von der Peking zum Beispiel. Da gibt es auch große Bücher von der Peking bei Amazon. Und, ähm, da habe ich dann, nee, das, und dann steht da mein Name drauf. Hm, habe ich gedacht. Ja, aufgemacht. Und siehe da, äh, ein Seiten-Modellbau-Seitenschneider, den ich favorisiere, den ich, ja, sehr, 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 sehr gerne mag. Der auch gut funktioniert. Und ich habe wohl im letzten Bismarck-Video gesagt, ja, ich habe gesagt, dass es Zeit für einen neuen wird. Ne, wohl irgendwann sind die ja auch mal ein bisschen verschlissen. Und dann kriege ich hier Post. Und dann, Amazon.de, einen Gruß von Markus. Hast du in deinem letzten Video gesagt, es wird Zeit für einen neuen. So, der war aber nicht auf meine Wunschliste. Also, statt ein Päckchen Bier hat Markus mir dann ein, äh, Modellbau-Seitenschneider, einen Spezial-Seitenschneider von Faller geschickt. Und, ja, alles Gute von der Modellbau-Onkel Markus. Jetzt gucke ich ihm natürlich gleich in der Nummer nach. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, hat er einen Kanal oder hat er keinen Kanal? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das jetzt so sage. Das hätte ich ja vorher recherchieren können. Aber, ja, manchmal ist das ja so. Ich freue mich auf jeden Fall für Bolle. Der wird erstmal gleich ausgepackt. Weil, den, den nehmen wir natürlich. Das ist ja wohl glasklar. Und, ähm, ich bin schon wieder ein bisschen leicht sprachlos. Ähm, ich muss gleich mal gucken. Und wenn, ja, der Modellbau-Onkel, wenn der, auf, das ist jetzt doof, das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß, ob es ihn jetzt bei YouTube gibt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es ihn bei Facebook und, äh, doch, bei YouTube gibt es ihn auch. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Beschreibung. Und, dass ihr, ja, da guckt ihr dann natürlich selbstredend auch einmal rauf. Also, es gibt nachher den Link von der Firma Spark Peking. Von unserem Kanal von den Peking-Freunden. Und den Kanal, äh, wenn es den dann gibt auch, wann ist das peinlich. Könnt ihr jetzt ja anders schnell nachgucken und einen Cut machen. Nein, ich mache natürlich, wenn ich einen Cut mache, gucke ich nach und dann kriegt ihr die Info gleich nachher nochmal an. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bin sprachlos und ich freue mich riesig darüber über diese, über diese Präsente. Ah, ihr macht mich ganz verlegen, echt. Da, irgendwas freue ich mich da riesig drüber. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir endgültig zur Ausgabe 139. Und, ja, wir bekommen ein Stück Schiene, wir bekommen Schrauben und wir bekommen Schienenstühle. Und, ja, egal was ihr sagt, ein Modellbahner hat gesagt, in den Kommentaren, wo ich das zum ersten Mal gezeigt habe, das heißt Schienenstühle. Es gibt, gab auch andere Kommentare, mir ist das auch egal, wie die heißen. Jedenfalls kommen die hier ran. Und hier steht drin, erschienen Stühle. Und, äh, wie erwähnt, gibt es einige, die gesagt haben, ja, das ist richtig so. Gibt natürlich auch einige, die sagen, das ist nicht richtig. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, wenn welche, die mit Modellbahnen zu tun haben. Und hier in der Zeitung ist es richtig. Also, dafür vielen Dank. Und, ja, ich würde sagen, ihr kommt einmal dichter. Ihr gebt mir die Chance, einmal zu gucken, nach der Modellbauonkel. Aber das sagt mir was. Es sagt mir was. Es ist jetzt doof. Es ist jetzt echt doof. Und wenn ich jetzt gleich nachgucke, dann macht das... Und ich weiß genau, was Phase ist. Gut. Also, ich mache jetzt einen Cut. Hol euch dichter ran. Wir schrauben einmal hier ein bisschen die Schiene an die Schwelle. Nein, an die Schwellen. Ich weiß, Schwelle gibt es nur beim Auto. Ja, der kleine Seitenhie muss da auch mal sein. Das ist ja nun mal so, wenn man viel sabbelt, so wie ich, dann kann man sich auch mal versappeln. Das kann passieren. Und es wäre ja auch nicht menschlich, wenn es nicht passiert. Also, in diesem Sinne, Cut, kommt mal ran. Und wir wollen ein bisschen schrauben mit dem Schrubenträger. So, natürlich gibt es den Modellbau-Onkel Markus. Den Kanal habe ich auch abonniert. Und ja, der zeigt auch den DeLorean. Hier mal ein Beispiel. Leute, der Modellbau-Onkel hier. Ja. Aber schöne Grüße gehen trotzdem raus an Mario. Marios Schiffsbau-Modellwerft. Ja. Beziehungsweise Marios Schiffsbau-Modellwerft. Fast richtig, ne? Und, damit man mein Gesappel hört. Also, der Modellbau-Onkel, der Link kommt natürlich rein. Und ihr seht, ich habe das Video vor kurzem schon längst geschaut. Habe hier einen Daumen hoch gegeben. 136 Aufrufe. 13 Daumen nach oben. Was hat er? Was hat Markus? 19 Abonnenten. Kommentiert habe ich auch. Und, äh, ein paar könnten ja doch noch dazukommen. Er hat gerade erst angefangen mit dem DeLorean. Und, ja, schaut da mal rein. Ich werde euch mal den Link nachher unten in die Beschreibung reinhauen. Ja, das ist ja das Mindeste, was ich mal tun kann. Ähm, dass, äh, ich sage ich jetzt mal so, ähm, dass ich dann auf seinen Kanal mal hinweise. Äh, vor allen Dingen, vielleicht interessiert es ja auch viele gerade den Anfang. Und ich finde, dadurch, dass er, ja, auch in die Kamera guckt, macht es meine Meinung. Heißt nicht, dass es immer alles richtig ist. Aber meine Meinung ist, wenn man in die Kamera guckt, ist das Ganze immer ein bisschen angenehmer. Ja, gut, ähm, nichtsdestotrotz, äh, heute ist ja nicht viel zu machen. Wie gesagt, Ausgabe 138 war diese Schwelle. Die haben wir hier alles zusammengeschraubt, so wie gehabt. Und nun kommen wir zur Schiene. Die kommt hier ran. Na, so wird das dann nachher aussehen. Und wir, äh, brauchen erst mal nur zwei von den Schienenstühlen. So, dafür muss man natürlich erst mal treffen. Einer ist getroffen. Der zweite ist getroffen. Die Schrauben. Wir können natürlich gleich noch ein paar mehr Schrauben schrauben. Hier kommen jetzt vier Stück von diesen Schrauben rein. Nummer eins. Nummer zwei. Und nebenbei beim Schrauben hole ich schon die nächste. So, einige haben ja damals, äh, das ist schon länger her, das war im Februar. Äh, haben ja gesagt, ja, hier, guck mal. Wir können in Marios Videos sehen, wie sein Daumen heil geht. Also, ihr seht, es ist fast wieder gut. Und ich weiß auch noch, wann das war, weil es Valentinstag war, der 14.2. Also, ihr seht, wenn man sich mal, ne, richtig einen Daumen zerstört, dann dauert das eine Weile, ne. Dauert das sieben Monate. So, hier haben wir die Schiene dann mit drin. Die beiden Schienenstühle können wir nur rauflegen. Die können wir noch nicht befestigen, weil wir dafür keine Schrauben haben. Gut, wir hätten eine. Ich könnte jetzt nachgucken, noch ein paar mehr IP-Schrauben rausholen. Aber das werden wir dann, denke ich mal, weiß ich gar nicht, das nächste Mal machen. Mal gucken. Nicht schimpfen über diese Schienen, über diese Schwellen und über diese Schienen. Die Schienen werden auf jeden Fall genommen, da werde ich nichts anderes tun. Die Schwellen bin ich noch am Überlegen. Ich, aber das kommt erst ganz zum Schluss. Also, da müsst ihr, da müsst ihr noch 20 Ausgaben warten, bis der Schluss kommt. Vorher wird das nicht kommen, vorher werde ich euch das nicht zeigen, weil ich habe da was im Petto. Ich habe da echt was im Petto. Aber, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, wenn da nachher der DeLorean draufsteht, ich finde das, das ist meine persönliche Meinung. Und ich kriege das Modell nicht gestellt. Also, ich sage das jetzt nicht, weil mir das gesagt wurde, ich soll das sagen. Also, ich sage, so schlecht sieht das gar nicht aus. Natürlich ist das nicht echt. Aber, das ist ja immer noch, ja, wie soll ich sagen, es ist eben ein futuristisches Modell. Irgendwo ist es auch ein Spielzeug. Und das sieht auch ein bisschen aus nach Spielzeug. Es ist nun mal so. Und bei einem Modell, was Metall und Plastik hat, da dann jetzt noch Holz zu nehmen, weiß ich nicht. Das wäre wohl, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Klar kann man sich darüber streiten, aber ich persönlich, wie gesagt, das ist meine Meinung, finde das gar nicht mal so schlecht. Weil, wenn der Gesamteindruck nachher fertig ist, wir testen das ja aus. Wir werden es ja gesehen. Wir werden es sehen. Wir werden es gewahrt. Gut. Jetzt kommt wieder der Umschnitt, weil wir haben ja noch den Vorschau an, auf, meine Güte nochmal, auf Ausgabe 140. So, bevor die Vorschau auf Ausgabe 140 kommt, ja, vielleicht sagt der eine oder andere von euch, Mann, der sabbelt und sabbelt. Man muss ja die 10 Minuten voll kriegen, damit man Werbung reinschneiden kann. Nein, das ist gar nicht mehr wahr, man braucht nur noch 8 Minuten. Das ist irgendwie neu. So, auf jeden Fall gucken wir jetzt, aber darum geht es mir ja eigentlich nicht. Ausgabe 140, deine Autoteile, Ersatzschaltkreise. Also gehen wir wieder an der Hoodbox bei. Und ich habe gehofft, dass wir endlich mal die Schienenräder kriegen. Dass wir da... Na ja, gut, dann machen wir an der Hoodbox weiter beim nächsten Mal. Freut euch auf nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag. Mal gucken. Äh, achso, da gibt es noch ein Update, was ich vorhin gerade... Ich war ja bei meinen Zeitschriftenhändler und habe, wie gesagt, Ausgabe 139 geholt vom DeLorean. Und Ausgabe 30 vom Trabi. Die Abo-Lieferung ist gestern auch reingeschneit bis 31. Also es wird ein Video geben, denke ich mal, mit 30 und 31. Aber ich habe noch was anderes getan. Und zwar, ich habe heute wieder mal geguckt auf mein Handy bei mykiosk.de und habe nach Fast and the Furious geguckt, den Dodge Charter. Und habe gesehen, dass heute Ausgabe 20 erschienen ist. Und ihr wisst alle, bis Ausgabe 20 habe ich verbaut. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen. Ich hatte erst überlegt, nein, das machst du nicht. Weil hier musst du ja noch 20 Wochen die 12 Euro bezahlen. Und dann noch ein Modell dazu und so weiter und so fort. Und dann habe ich so gedacht, gedenkt, jetzt habe ich spontan gedacht. Und habe einfach meinen Zeitschriftenhändler gefragt. Ich sage, so und so haben wir beide gesammelt. Machen wir immer beide eine kleine Runde. Und dann habe ich ja erst bezahlt und so. War ja dann auch cool. War dann ein Anruf, der dann wieder aufgegriffen hat. Och, war nicht so wichtig. Und das war mein Stichwort. Ich sage, aber ich habe noch was Wichtiges. Für mich Wichtiges, sage ich. Na, erzähl, was hast du denn? Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, so und so. Mykiosk aufgemacht, ihm das gezeigt in groß. Sagt er, das sage ich mir was. Das habe ich schon gesehen. Okay, er sagt, kannst du mir ab nächste Woche, ab Ausgabe 21 besorgen? Ja, mache ich. Ich schreibe das auf, rufe da morgen an, morgen früh. Und dann geht er, denke ich mal, seinen Gang. Ich habe gesagt, ich freue mich. Auf nächste Woche Mittwoch, am 9.9. Wir sehen uns. Und dann, ja, ich werde euch auf jeden Fall das zeigen, dass ich, ob ich das bekommen habe oder nicht. Ich freue mich da drauf. Also, ich gehe davon aus, dass es ganz normal dann mit dem Dodge Charger erstmal weitergeht. Okay, inwieweit ich das denn weiterlaufen lasse, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe mir da noch was überlegt. Ich müsste ja, also falls das mit den Spaniern noch klappt, dass ich die Ausgaben weiterhin bekomme. Weil angeblich soll das im September irgendwann losgehen. Wie gesagt, heute ist der zweite. Gut, ich habe noch nicht erwartet, dass ich eine Antwort bekomme. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ihn ja irgendwann zweimal. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, wie das dann läuft. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass ich nächste Woche Mittwoch Ausgabe 21 bekomme vom Dodge Charger. Und dann sollte es damit dann auch weitergehen. Weil, wenn man, da unten ist die Kiste, 20 Ausgaben zusammen, hat der fette Motor da drauf. Und wenn man das dann so sieht, man möchte, man möchte nicht abbrechen. Man möchte das nicht abbrechen. Genug geheult. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Seid neugierig auf Bauphase 140 vom DeLorean, von Back to the Future. Noch mal vielen, 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 vielen Dank an Martin und an der Modell-Wau-Onkel. Der Markus wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank an Markus, der Modell-Wau-Onkel. Schaut mal bei ihm rein. Ich hau den Link unten rein und würde mich freuen, wenn ihr da mal ein kleines bisschen Feedback geben könnt, wie euch das gefällt. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht abwandert, sondern dass ihr zusätzlich da guckt. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet wieder ein, bleibt neugierig, auch auf meine anderen Projekte. Ihr wisst, da gibt es eine Menge von. Mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, macht's gut, Ahoi und kick mal bei der Entdeckung.